Future of Nutrition ist ein dreimonatiges Accelerator-Programm für Early-Stage-Startups im Bereich der Nährstoffmessungen. Für etablierte Unternehmen ist die Zusammenarbeit mit Startups wichtig, weil sie außerhalb des Kerngeschäfts Produkte oder neue Geschäftsmodelle ausprobieren können. Pioneering AgTech bringt alle an einen Tisch. Etablierte Unternehmen, die den Markt seit Jahrzehnten kennen, aber auch Startups, die ihre neuen Geschäftsmodelle dazubringen. Und das ist spannend. Unser Future of Nutrition-Team findet das toll und wir wollen uns das nicht entgehen lassen.